Was sind die fünf besten Features einer 3CX-Telefonanlage? Und wie kann ich durch 3CX Geld sparen, meinen Kundenservice steigern und erfolgreich ortsunabhängig arbeiten? Das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Hallo, ich bin Felix Kogler von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Und in diesem FAQ-Video erfährst du die fünf besten Features einer 3CX-Telefonanlage. Falls du 3CX noch nicht kennst, 3CX ist eine Plattform für Voice-over-IP-Telefonie, mit der du Funktionen wie in einem Großkonzern üblich besonders kostengünstig in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Wenn du mehr Videos zu 3CX und anderen Digitalisierungsthemen sehen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren YouTube-Kanal. So, und damit kommen wir auch schon zu den fünf besten 3CX-Features. Feature Nummer 5. Von überall aus mit der Festnetznummer telefonieren. Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, auf Homeoffice umzustellen. Trifft das auch auf dein Unternehmen zu? Dann kennst du sicher folgendes Problem. Du kannst zwar im Büro vom Festnetz-Telefon aus mit deiner Firmennummer anrufen und angerufen werden, aber im Homeoffice verwenden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Firmen- oder Privathandynummer. Mit 3CX kannst du standortunabhängig von überall aus mit deiner Firmenfestnetznummer telefonieren. Das funktioniert sowohl vom Festnetz aus, als auch über den Computer mittels Webclient und Headset, als auch unterwegs vom Handy über die 3CX-App aus. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Du konfigurierst für alle Nebenstellen deiner Mitarbeiter einen Zugang zum Webclient und fürs Handy und schon kann jeder im Unternehmen mit der Festnetznummer inklusive seiner Nebenstelle nach außen telefonieren und sogar auf diese Nummer angerufen werden. Deine Kunden werden diesen Service zu schätzen wissen. Feature Nummer 4. Weiter verbinden von überall aus. Können Sie mich weiter verbinden? Nein, leider nicht. Ich telefoniere gerade von meinem Handy aus. Dieses Gespräch hattest du sicherlich schon öfter, als dir lieb ist. Der Hintergrund. Viele Unternehmen arbeiten mit Festnetznummern und zusätzlich komplett eigenständigen Handynummern und Verträgen. Dementsprechend kann man vom Handy auch nicht intern weiter verbinden. Mit 3CX kannst du von überall aus an jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter weiter verbinden. Ganz gleich, ob diese Person im Büro sitzt oder sich im Homeoffice befindet. Doch das ist nicht alles. Du hast drei verschiedene Möglichkeiten weiter zu verbinden. Erstens. Mit Vermitteln verbindest du direkt mit der gewünschten Person und wenn du erfolgreich durchgestellt hast, wird dein Telefonat beendet, während die zwei, die du vermittelt hast, weiter miteinander telefonieren. Zweitens. Wenn du Makeln willst, hast du die Möglichkeit, zuerst mit der Person, mit der du verbinden möchtest, Rücksprache zu halten. So kannst du zuerst in Erfahrung bringen, ob die Person, die du vermitteln möchtest, überhaupt Zeit für ein Telefonat hat. Wenn alles geklärt ist, verbindest du die beiden Personen miteinander und du kannst wieder auflegen. Und drittens. Mit der Funktion Konferenz kannst du direkt mit beliebig vielen Personen eine Telefonkonferenz machen und so andere Leute zu einem Gespräch dazuholen. Intern weiter verbinden ist eine der einfachsten Möglichkeiten, wie du deinen Kunden das Leben einfacher machen und dich als besonders kundenorientiertes Unternehmen zeigen kannst. Feature Nummer 3. Digitale Rezeption. Auch wenn du mit 3CX sogar im Homeoffice wunderbar die Rolle der Rezeption einnehmen kannst, so ist es in vielen Fällen praktischer, wenn du deine Anrufer direkt am Telefon auswählen lässt, mit welcher Abteilung sie verbunden werden wollen. Definiere einfach, was deine Anrufer auswählen und wo sie hin verbunden werden sollen. Zum Beispiel, wähle 1 für Verkauf, 2 für Buchhaltung etc. Doch damit nicht genug. Mit 3CX hast du die Möglichkeit, Öffnungszeiten, Feiertage und mehr festzulegen. Je nachdem, wann du gerade angerufen wirst, erhalten deine Anrufer also eine passende Telefonansage. So wissen deine Kunden immer sofort Bescheid, wenn dein Unternehmen gerade nicht verfügbar ist für Telefonanrufe. Feature Nummer 2. Automatischer Rückruf. Warst du schon mal 10 Minuten lang in der Warteschlange, nur um dann aufgelegt zu bekommen oder dringend wegzumüssen? Ganz schön ärgerlich, oder? Genauso sehen das wahrscheinlich auch deine Kunden. Daher biete deinen Anrufer und auch folgenden Service an. Statt ewig in der Warteschleife zu warten, ganz einfach einen Rückruf unter Beibehaltung des Wartelistenplatzes vereinbaren. Zum Beispiel, indem deine Anrufer auf die Taste 2 drücken. Der Anruf bleibt dann im System am Wartelistenplatz erhalten. Sobald ein Mitarbeiter abhebt, um den Anruf entgegenzunehmen, wird der Kunde automatisch von der 3CX-Telefonanlage zurückgerufen und so kommt das Gespräch zustande. Das ist doch mal ein guter Kundenservice, oder? Deine Kunden werden diesen Service lieben, den sie nur von Großkonzernen kennen werden. Feature Nummer 1. Am eigenen Server oder in der Cloud betreiben. Das wahrscheinlich beste Feature von 3CX ist, dass jeder 3CX herunterlagen und installieren kann. Das bedeutet, dass du 3CX sowohl auf deinem eigenen Server als auch in der Cloud betreiben kannst. Der Vorteil für dich? Du bist nicht an einen fixen Anbieter gebunden und kannst jederzeit deinen Telefonanbieter wechseln, ohne dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein neues System umschulen musst. Außerdem sparst du dir viel Geld im Vergleich zu Anbietern, die nur ihre eigene Telefonsystemplattform vertreiben und so in der Regel auch viel höhere Preise verlangen. Bei 3CX kannst du auf verschiedene Anbieter zurückgreifen und hast so die maximale Flexibilität bei der Auswahl eines für dich passenden Angebots. Das waren dir aus unserer Sicht 5 besten Features von 3CX. Welche Funktion gefällt dir am besten? Oder wenn du schon 3CX im Einsatz hast, gibt es noch andere Funktionen, die du besonders gut findest? Dann schreib doch einfach deine Erfahrungen als Kommentar. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses 3CX FAQ-Videos angelangt. Wenn du erfahren möchtest, wie 3CX in deinem Unternehmen funktionieren kann, dann geh doch einfach auf spilot.net slash 3CX für eine kostenfreie Demo. Wenn du dich darüber hinaus über 3CX und andere Digitalisierungstipps und Tricks für dein Unternehmen informieren möchtest, abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal und klicke auf die Glocke, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video online geht. Ich bin Felix Vogler von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Bis zum nächsten Mal!